Moin moin und servus zu einer neuen Folge Let's Betra wie Anna wo ist er ins Geschenk? Heute ganz einfach, wir verlassen das Gildenhaus wo wir uns gestern ausgelockt haben. Heute übrigens auch kein Verschönerung des Hauses, weil ich mir dachte bis im 24. brauchen wir noch ein bisschen was zu tun. Wenn wir das so schnell machen, dann ist das gleich weg. Dieses Mal habe ich schon da oben angeklickt. Hier ist es neben dem Werkzeugkantel, glaube ich, da. Das werden wir gleich sehen, das weiß ich jetzt nicht auswendig. So, jetzt haben wir es gleich sehen. Genau, Werkzeugkantel, hier ein Orangenkorb und darin verbirgt sich in der heutigen Folge 100 Sozialpunkte. Ja, das kann man immer brauchen. Wir laufen hoch zu unserem Haus. Weil da ist es von hier aus ist der Weg ungefähr gleich lang, deswegen wird die Folge wieder länger noch kürzer. Entschuldigung. Es schneidet noch schön, weil wir es ja gestern eingeschaltet haben. Wie das geht, wer es nicht weiß, letzte Folge anschauen. Da wird es erzählt, soweit ich weiß. Ja, genau. Gut, dann verabschiede ich mich hier schon mal. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet bei Let's Betreiben wie einer Wurst ist Adventsgeschenk. Bis dahin, euer Nerplay. Lautomon Energy How Height An We We Vielen Dank.